Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tiny Troopers. Jetzt haben wir Mission Nummer 9. Geronimo! Finde und neutralisiere den feindlichen hochreihigen Offizier, der sich in diesem Gebiet aufhalten soll. Weidmannsheil. Einsatzziel? Töte die Zielgegner. Oder Stuhl. Ähm, ja. Was nehmen wir damit? Wenn es ein Boss ist, natürlich die Rüstung. Und drei Raketen. Ja, nehmen wir den Typen auch mit. Für 20.000. Ja, jetzt so viel hat einmal Bruce. Der hat drei Abzeichen. Chopper 2 und Leeroy Jenkins. Ja, einen. Und halt unser Special Freund. Ja. Ja. Ja, okay. Fangen wir erstmal an. Ich habe mir nachgedacht, dass das so passen könnte. Aber nochmal ganz kurz zurück. Es gibt eine Medaille. Das wollte ich nur nachprüfen. Und dann starten wir mit dem Einsatz. So, aber erstmal nach links gehen. Gucken wir, ob hier was ist. Nein. Ähm, dann gehen wir nach rechts. Wir haben schon ordentlich geschossen. So, das war vielleicht ein bisschen verschwenderisch. Aber das ist mir egal. Ich möchte nämlich durchkommen mit allen Vieren. So, da haben wir Medaillen. Die nehmen wir auch mit. Also Hundemarken. Feuer! Äh, jawoll. Bisher kaum Schaden bekommen. Ja, und der Extreme meint das auch schon im letzten Video. Oder die vorletzte, wenn ich war. Ähm, ist ziemlich schwer auszuweichen, wenn die, äh, so komisch laufen. Weil, achtet mal. Jetzt läuft erst der letzte mit. So. Ja, ich hänge fest. So. So, da haben wir, ah, das ist noch ein Gegner. So, haben wir das auch. Naja, die Energie ist nicht mehr die beste. Wir nehmen mal die Grenades mit. Wow. Und die Marken. Weg mit dir. Weg mit dir. Der erste ist schon weg. Shit. Ja, ich denke mal, wir müssen aber den Fluss hier rüber haben. Deswegen gehen wir mal hier runter. So, haben wir hier noch irgendwas? Ja. Na, lauft doch hoch da. So. Der ist schon mal Geschichte. Hier rumgehen. Zum Überraschungspunkt. Machen wir auch. Weil, äh, ich möchte... Ach, nein. Der eine ist weg. Naja, gut, obwohl wir gehen da mal hoch. Vielleicht müssen wir auch da oben hin. Ich hab keine Ahnung. Hier ist Ruhe im Garton. Haben wir noch Granaten? Ja. Ja, los. Ja. So könnt ihr auch das querten. Die treffen uns nämlich nicht. Und, komm. Gut. Hm. Versuchen wir das nochmal. Ach, ich hab gar keine Granaten mehr. Ja, machen wir das halt so. Ja, nee, ist klar. Komm, hau ab. Besser ist das. Vielleicht müssen wir einfach nur wieder hier zum Start zurück. Wäre natürlich ideal. Also, ihr guckt mal aber mal hier runter. Und, und, und. Sieht nicht danach aus. Nee. Ja, ist das nicht so spannend für euch. Nee, wir müssen da wirklich lang. Ach du heiliger Kurtnascher. Ja, da müssen wir mal gucken, wie wir das machen können. Vielleicht bei ihr... Äh, ich weiß nicht. Gucken, ob da vielleicht irgendwo da was ist. Vielleicht hier nochmal ein Heelkitt oder so. Ich hab's jetzt übersehen. Wow. Ja, lass ihn laufen. Naja, werf du mal. Naja, komm, lass ihn da unten noch was sein. Ist mir so heikel. Ja, spreng ich mir selbst in die Luft. So, jetzt haben wir eine bessere Chance gegen den Bunker. Baudabooom. So. Ich hoffe, wir gehen jetzt hier... Ach du Kacke. Nein, ihr trefft mich nicht. So. Ach du Kacke. Ja, noch ein Bunker. Nee, da will ich auch nicht hin. Alter, wir willst das schaffen. Ja. Ja, da müssen wir auch noch lang. Von allen Seiten wirst du ja beschossen. Oh, oh. Warte rum. So. Wieso trifft der nicht? Näh. Hm. Das war den hier. Wir laufen hier einfach durch. So. Der trifft uns nicht. Ja, witzig. Ah. Ich dachte schon. Oh, weg hier. Oh, ja, 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 Leute. Da habe ich zu schnell zu viel auf einmal verloren. Und drei Leute. Ich habe Schopper, Leroy und den anderen verloren. Das geht gar nicht. Auf jeden Fall werden wir dann in der nächsten Mission, ich werde jetzt, ähm, heute nur eine Mission anbieten. In der nächsten Mission werden wir dann Mission Nummer 10 sehen. Mit CJ und Bruce. Wenn es euch gefallen haben sollte, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich würde mich freuen. Und ansonsten gebt Daumen oder sonst irgendwas. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.